Herzlich willkommen bei Ihrem Raumausstatter Meisterbetrieb Werner Schulze. Wir sind seit 1984 die richtige Adresse für Ihre Wohnträume. Mit einer eigenen Werkstatt und eigenem Nähatelier setzen wir Ihre Wünsche in die Tat um. In unseren Ausstellungsräumen finden Sie eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Markenprodukten aus den Bereichen Gardinensysteme, Möbelstoffe, Bodenbeläge und Sonnenschutz. Selbstverständlich nehmen wir uns viel Zeit, um in einer persönlichen Beratung eine Lösung nach Ihren Vorstellungen zu finden. Gardinen, Raffrolos, Flächenvorhänge und Dekostoffe werden in unserer eigenen Näherei nach Ihren Wünschen gefertigt. Hier ist uns, wie bei der Beratung und Endmontage, eine ausschließliche Bearbeitung durch Fachkräfte wichtig. Zu der großen Auswahl gehört für uns ein Rundum-Service natürlich dazu. So beraten wir Sie gerne bei Ihnen zu Hause, machen ein kostenloses Aufmaß und bringen unsere Systeme fachgerecht bei Ihnen an. Natürlich auch mit komfortablem Elektroantrieb. All das kreativ und handwerklich perfekt in Szene gesetzt, macht aus Ihren Wohnträumen schnell traumhafte Wohnräume. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Wohnträumen. Vielen Dank.